Die Partei hatte nen Traum, doch Träume gehen vorüber. Der Ruf der FDP ist schon längst hinüber. Der Genscher war noch gut, Wolfgang Gerhardt schon nicht mehr. Nacht ist schlimmer, geht es kaum. Doch dann kam plötzlich er, jetzt kommt er langsam auf dich zu. Mit seinem grinsenden Gesicht, er schlägt bekloppt aufs Mikrofon und spricht so lange, bis du brichst. Das ist Guido Westerwelle, das ist der, den keiner mag. Lass ihn einfach nur noch labern, denk am besten gar nicht nach. Das ist Guido Westerwelle, der geht allen auf den Sack. Wer den Spakten raushängt, den will keiner geschenkt. Das war nur mal Feige. Bei jeder großen Wahl, guckst du ziemlich belemmert. Dein Ziel 18% war auch schön behämmert. Dein Größenwahn hat nicht zur Wirklichkeit gepasst. Und das zeigt doch wieder mal, dass du nen Vogel hast. Die nächste Wahl kommt auf uns zu. Deine Partei verliert ja eh, doch einen werden wir nicht los. Den Guido von der FDP. Das ist Guido Westerwelle, das ist der, den keiner mag. Lass ihn einfach nur noch labern, denk am besten gar nicht nach. Das ist Guido Westerwelle, der will endlich an die Macht. Doch bei dieser Labertasche, da sagt Deutschland gute Nacht. Das ist Guido Westerwelle. Extra 3 gibt es natürlich auch ganz altmodisch im TV. Jeden Donnerstag um 22.30 Uhr im NDR Fernsehen. Danke und Tschüss. Danke. Danke.